gewesen. Boah, wenn der jetzt zu uns gelaufen wäre, hätten wir schon die Kacke am Dampfen gehabt. Das heißt, den könnten wir uns eigentlich schnappen. Fällt nicht auf, wenn die fehlt. Fällt echt nicht auf, wenn die fehlt. Erstmal wegschmeißen, den Körper. Boah, das klingt so nützlich, das zu sagen. Schauen wir uns mal die Laufwege an und gucken mal, wie wir das lösen hier mit dem Lager. Was ist er denn da oben für einer? Komisches Symbol. Ich glaube, das ist ein normaler, der uns auch nicht angreift, sondern einfach nur wegrennt. Das ist schon mal gut. Dann können wir den schon mal... Boah, das ist mies. Am besten wäre natürlich von oben. Aber wir können ja gucken, dass wir jemanden weglocken. Das einzige, dass die uns gefährlich werden kann, ist, dass die Anruf... Ja, Anruf wollte ich jetzt sagen. Anruft und uns meldet. Hallo, Polizei 112. Hier läuft einer mit Pfeil und Bogen durch den Wald. Entschuldigung. Okay, den Dings kriege ich von hier aus nicht. Das Horn. Ich muss irgendwie ablenken. Ich muss gucken, dass ich es ablenke. Vielleicht kriege ich sie ja schon hier weg, dass ich hier hochklettern kann. Ich schaue mal. Okay, die geht weg jetzt gerade, aber nicht in unsere Richtung, wo ich... Ich versuche es mal hier rüber. Ich probiere es mal. Probieren geht über Studieren. Wissen wir ja alle. Oh Gott. Das war... Das war... Das war schon sehr brenzlig jetzt gerade. Ich stehe mitten im Dorf. Scheiße. Problem dabei ist einfach... Ich kann sie nicht raushauen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Das heißt, ich muss sie irgendwie weglocken hier. Vielleicht kommen sie hier hinten. Aber das fällt sofort auf. Ohne Scheiß. Ach, sie geht rum. Okay. Gut, dass man unendlich Stein hat, dass man so ein bisschen so... ...werfen ist natürlich besser. Kann man die nämlich weiter weglocken? Scheiße! Ah, ich wusste es. So, wo ist der nächste Kandidat? Triss mich nicht, triss mich nicht, nein. Aua, du Drecksack. Ist doch gar nicht. Und du solltest eigentlich als erstes sterben. So. Scheiße, die rufen Hilfe. Fuck. Scheiße, die rufen Hilfe. Fuck. Wo ist denn hier noch einer? Ach, da. Was macht der denn da? Ah, da kommt schon die Bagage. Da oben auch schon. Ich befreie dich gleich, wenn ja. Ich muss noch eben hier aufräumen. Warte mal eben. Lass das. Lass das. Oh, Alter. Oh, ich muss mich heilen. Oh Gott, wie viele das sind. Oh Gott. Ich lock die jetzt erstmal weg. Nein, ich will das hier. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin so gut wie tot. Aua, lass das. Oder ich will freie die einfach. Fertig. Aua, lass das. Nein, nein. Du sollst da runter springen. Das gibt's doch nicht. So, warte mal. Ich glaub, die wissen, wo wir sind. Also glaub ich zumindest. Also ich glaube, ich vermute, die wissen wo wir sind. Oder auch nicht. Ja, das war so klar. Na, Alter. Wo ist er denn? Huch. Ich seh nicht, Alter. Was? Geh weg. Ciao. Hilfe. Hilfe. Au, au, au. Lass das. Lass das. Lass das. Genau. Na, Alter. Ich schmeiß bloß. Ich schmeiß bloß weg in den Boden. Ich dreh einfach hier meine Runden, so. So. Wo ist er denn? Ach, da. Jetzt pass mal auf. Komm. Komm hochgeklettert. Komm. Ciao. Ach, da ist noch einer von den schweren Gegnern. So. Moment. Können wir noch ein Speer herstellen? Ja, wunderbar. Feier ich. So. Aua, 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 aua. Das gibt's nicht. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Ist doch, Alter. Lass das doch mal sein. Sag mal. Ich hab euch doch auch nichts getan. Ich will auch nur meine Kollegen befreien. Es ist doch. Jetzt ist doch mal gut. Jetzt lass das doch mal. Sag mal. Hat der deine Mama nicht Beben mal gebracht? Sowas macht man nicht. Nein. Nein. Was? Was? Das gibt's nicht. Die letzte. Alter. Die letzte Tante. Das gibt's doch nicht. Ich hoffe, das Spiel speichert die anderen Zonen, die wir schon haben. Das gibt's doch nicht. Die letzte Tante. Ich fass es einfach nicht. Wie mies. Was? Was? Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, das... Ja, befreien wir ja vom Ark. Okay. Gott sei Dank. Alter. Oh. Sind die jetzt alle wieder da? Uh. Okay. Ja, sind alle wieder da. Nein. Was mach ich denn? Okay, pass auf. Machen wir das Ganze anders, damit hier kein Theater gibt. Äh. Geben wir das Ganze ein bisschen anders an. Du hast doch einen Schleich. Du hast doch einen Schleich. Ohne Sachen. Ja. 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 Was ist das hier? Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk Ich weiß nicht, was ich hier bin. Das war's für heute. Geh an, Tod. Geh an, Tod! 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 Das hinbekommen. Das hinbekommen. Das hinbekommen. Kriegen. 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 Ja, das ist gut. Was ist das? Was ist das? Du hast mich geholfen! Scheiße. 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 Abpacken? Mh... Fehler... Steinspiele... Knopf... Geht zur Verletzung... ... und Tüdel... ... durchdringen... ... und Messen... ... und Mais geben... ... ich passen rein... ... und Mh... ... und dann haben wir... ... ... und dann haben wir... Die 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 Geh'n Vöhnter Kommer, der Möbber! Geh'n Vöhnter Geh'n Vöhnter Freit haben wir sie. Das ist halt nett. So. vier man Was? 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 Was ist das? Ich schaffe mich! Oh Bis zum nächsten Mal.